Hallo, mein Name ist Kim Georgina und du wunderst dich bestimmt, warum du dieses Video erhältst. Ich bin Finanzcoach und vertrete meine Privat- und Firmenkunden nicht nur gegenüber Banken, Versicherungen und Bausparkassen, sondern begleite all meine Kunden auch in allen finanziellen Fragen über den Tellerrand hinaus. Die Person, die dir dieses Video geschickt hat, ist der Meinung, dass es für dich von Vorteil wäre, wenn wir beide uns einfach mal kennenlernen. Bevor du jetzt aber direkt an irgendwelche Vertragsabschlüsse, zinslose Sparverträge oder Investmentfonds denkst, die wahrscheinlich gar nicht richtig zu dir passen, muss ich dich leider enttäuschen. Im Gegenteil dazu werden wir uns hauptsächlich mit anderen Themen befassen, was für dich wichtig und welche Konsumstrategie die passende ist. Genau deshalb möchte ich dich und deine persönlichen Wünsche gerne kennenlernen. Unabhängig von deinen Zielen, die du dir gesetzt hast, ganz egal, ob das für dich ein neues Auto, deine eigene Immobilie, eine Weltreise oder die Absicherung deiner Kinder ist. Schon nach kurzer Zeit wirst du feststellen, dass du dadurch deinen Zielen näher kommst, ohne dich in deinem Lebensstandard groß einschränken zu müssen. Wir werden uns also im ersten Schritt deine aktuelle Haushaltssituation und all deine bestehenden Verträge anschauen. Was zu dir passt, das bleibt. Was nicht zu dir passt, kommt weg. Das ist die Grundlage meines Finanzcoachings. Und wenn du jetzt Lust auf ein Update deiner Finanzen bekommen hast, dann freue ich mich, dich kennenzulernen.